Jesus in Galiläa Jesus selbst hatte nämlich bezeugt, ein Prophet wird in seiner eigenen Heimat nicht? Bitte ergänzen. Jesus in Galiläa Nach diesen beiden Tagen ging er von dort nach Galiläa. Jesus selbst hatte nämlich bezeugt, ein Prophet wird in seiner eigenen Heimat nicht geehrt. Als er nun nach Galiläa kam, nahmen ihn die Galiläa auf, weil sie alles gesehen hatten, was er in Jerusalem auf dem Fest getan hatte, denn auch sie waren zum Fest gekommen.